Yathyasana, Yathyasana ist die Stellung des Entsagten. Yathyasana wird in einigen der klassischen Hatha-Yoga-Schriften wie folgt beschrieben und Raffaela zeigt es. Gib die Fußsohlen und die Fersen zusammen. Setze dich auf die Fußkanten, Fersen vorne und Zehen hinten. Dann gib die Ellbogen auf den Boden und gib den Kopf auf den Boden und fasse dann mit den Händen um deine Füße. Wölbe den Brustkorb so hoch wie du kannst und atme tief ein und aus. Dies ist letztlich eine Variation von Subtavajrasana und auch von Matsyasana mit umgedrehten Füßen und erfordert eine große Flexibilität in Hüften und Fußgelenke. Wenn es dir gefallen hat, klick schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir.